Heute sprechen wir darüber, ob Musik beim Lernen hilft. Schreibt mir gerne mal, bevor ich es hier in dem Video verrate, in die Kommentare, ob ihr es nutzt, ob ihr es nicht nutzt, ob es eurer Meinung nach was hilft, ja oder nein. Meine Erfahrungen werde ich euch jetzt mitteilen. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Trauma-Abitur-Schnitt. Und die Idee klingt ja eigentlich ganz cool. Musik beim Lernen macht auf jeden Fall schon mal mehr Spaß und dürfte mich auch ein Ticken mehr motivieren. Ja, weil, wer kennt das nicht? Keine Ahnung, man hat gerade irgendwie noch ein geiles Lied so auf Spotify gehört und dann soll man lernen. Da denkt man sich so, hm, einmal könnte ich es mir noch anhören. Oder zweimal oder dreimal oder vierhundertmal. Ja, und dann hast du hundertmal den Replay-Button vergewaltigt und irgendwie deine Hausaufgabe ist immer noch nicht angefangen. Wer sich da ertappt fühlt, gerne in die Kommentare schreiben. Und dann denkt man sich so, naja, ich will das Lied hören, aber ich will Hausaufgaben machen. Warum mache ich nicht einfach beides? Und grundsätzlich erstmal gar nicht so dumm, der Gedanke. Ja, zwei Sachen gleichzeitig in der gleichen Zeit klingt eigentlich erstmal nicht so schlecht. Das Problem ist jetzt natürlich erstmal grundlegend vorneweg, dass es keinen Sinn macht, Musik mit Lyrics zu hören. Ja, weil gerade wenn du irgendwie was schreiben möchtest, wenn du was zeichnest, ja, wenn du ein Bild daheim zeichnest, dann ist es meiner Meinung nach überhaupt kein Thema. Aber immer, wenn du irgendwas liest oder schreibst, hören nicht noch andere Worte. Ja, das ist, das funktioniert einfach nicht. Ja, außer du bist IQ 150. Dein Gehirn wird es nicht schaffen, das zu verarbeiten. Du kannst ja gerne mal probieren und dann danach deinen Text durchlesen und dann merken, okay, irgendwie habe ich hier halb Deutsch und halb Englisch geschrieben. Deswegen bitte das auf gar keinen Fall machen. Auch wenn es sich cooler anfühlt und du das Gefühl hast, das motiviert dich mehr, ist es eigentlich nicht der Fall. Was eigentlich nur passiert, ist, du hast grundsätzlich vielleicht mal so einen Topf an Motivation, um dich zum Lernen zu setzen. Und dann hast du das Gefühl, okay, wenn ich jetzt noch Musik obendrauf packe, dann habe ich noch einen Ticken mehr Motivation. Das ist aber sehr kurzfristiges Denken. Das mag für die erste Lerneinheit Stimme. Nur irgendwann wird sich die Gewohnheit bei dir entwickeln, immer um dich zum Lernen hinzusetzen, Musik zu brauchen. Und auf einmal fängt dein Körper an, diesen ursprünglichen Tank an Motivation abzubauen. Ja, weil er weiß, ich muss mich gar nicht mehr selbst motivieren, weil die Musik macht das ja für mich. Das bedeutet, die Motivation, die du von selbst aus hast, wird weniger. Und du brauchst immer noch bessere, noch vielleicht auch intensivere Musik, um dich zum Lernen zu motivieren. Diejenigen von euch, die zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen, kennen das vielleicht, ja. Man geht ins Fitnessstudio, ist eigentlich so auch motiviert, dann denkt man sich immer, boah, wenn ich jetzt noch so einen geilen, pushenden Soundtrack oder auch beim Laufen oder was auch immer beim Sport anhört, dann bin ich noch gepushter. Und das fühlt sich beim ersten Mal mega geil an, beim zweiten Mal auch, beim dritten Mal auch. Nur irgendwann wird es normal für dich, während dem Sport diese pushende Musik zu hören. Und dann brauchst du immer, um noch eine krassere Übung zu machen, um noch schneller zu laufen, was auch immer, noch einen krasseren Beat. Und irgendwann dröhnst du dir die allerkrankesten Songs rein, wo es halt dann irgendwann kein Drüber mehr gibt. Ja, und es wird ein bisschen wie so eine Droge. Und genau das Gleiche kann halt in einem moderateren, auf einem moderateren Level halt auch so mit dem Lernen passieren. Deswegen normale Musik während dem Lernen auf gar keinen Fall. Ja, also erstens, weil es dich ablenkt und zweitens, weil es dir deine Motivation klaut. Worüber ich jetzt aber vor allem auch sprechen möchte, wo ich auch in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht habe, sind sogenannte Binaural Beats. Ich habe mich mit der Wissenschaft dahinter nicht so genau auseinandergesetzt, weil es interessiert mich ehrlich gesagt nicht, was mich interessiert, ob es hilft oder nicht. Und das, denke ich, muss jeder für sich selbst herausfinden. Im Prinzip, kurz zusammengefasst, Binaural Beats bedeutet nichts anderes, als dass das zwar Musik ist, aber es ist sehr ruhige Musik und sehr einfache Musik. Ja, es kann zum Beispiel einfach meist nur so, oder was auch immer. Ja, einfach mal bei Spotify oder bei YouTube eingeben, dann wisst ihr genau, was ich meine. Und ich persönlich habe lange, lange, lange nicht einmal sowas verwendet, weil ich mir irgendwo immer gesagt hatte, natürlich ist am besten. Ja, ich habe immer gesagt, warum soll ich irgendwas zum Lernen hinzufügen, was ich nicht unbedingt brauche. Und das hat auch sehr, sehr gut, sehr, sehr lange für mich funktioniert. Nur irgendwann kam einer aus meinem Team zu mir und meinte, hey, Leo, ich mache mittlerweile alles mit so Binaural Beats im Ohr und ich muss sagen, es hilft mega. Da dachte ich mir so, hm, okay, weil ich war zu dem Zeitpunkt eh gerade ein bisschen unmotiviert, hatte ich das Gefühl, ich kann mich nicht so richtig konzentrieren. Und dann habe ich das mal ausprobiert. Und mittlerweile mache ich das wirklich immer. Ich schreibe zum Beispiel gerade meine Hausarbeit in Psychologie. Da nutze ich das auch dafür. Ja, gerade für Tätigkeiten, was das meiste ja beim Lernen ist, wo du einfach sehr ruhig, sehr für dich selbst sein möchtest, kann das sehr, sehr stark helfen. Meine Empfehlung dabei ist, holt euch oder stellt die Lautstärke auf ein sehr, sehr niedriges Level. Ja, also bei mir zum Beispiel am Laptop gibt es von Stufe 2, 4, 6, 8, 10 bis Stufe 100 von der Lautstärke her und ich habe es immer auf Stufe 2. Also auf der alleruntersten Stufe, sodass du es vielleicht fast gar nicht mehr hörst. Ja, aber es sorgt für so ein konstantes Hintergrundrauschen, was du im Idealfall dann beim Lesen oder Lernen und Aufschreiben gar nicht mehr richtig wahrnimmst. Aber es sorgt für eine Sache, die ich davor nicht beachtet habe. Und zwar sorgt es für eine konstante Gleichmäßigkeit deiner Umgebung. Ja, das heißt, ihr kennt es alle, man sitzt vielleicht, wenn du jetzt keine Kopfhörer verwendest, du sitzt beim Lernen und auf einmal bellt draußen der Hund und du bist so, oder deine Mutter kommt ins Zimmer oder es klingelt bei euch oder was auch immer. Du bist immer durch so einzelne Impulse und wenn du draußen die Vögel anfangen zu zwitschern, immer wieder aus deinem Lernen rausgerissen. Und wenn du Kopfhörer verwendest, wo du so Binaural Beats verwendest, sorgst du halt für viel mehr Konstanz. Du kannst natürlich auch für zusätzlich noch Kopfhörer verwenden. Zum Beispiel die hier. Also ich meine, die meisten von euch haben vielleicht so Apple-Kopfhörer, ohne jetzt irgendein Placement zu machen. Die sind natürlich schon mal super, weil da kommt natürlich Musik raus, offensichtlicherweise, aber sie schirmen halt nicht nach außen die Töne ab. Das heißt, das Vögel-Switcher wird genauso laut sein, nur dass halt davor noch die Binaural Beats geschaltet sind, wodurch du halt das Vögel-Switcher nicht so mitbekommst. Was du aber machen kannst, das sind hier so AirPods, nur halt für Android, sind solche. Ist auch noch nicht perfekt, aber zum Beispiel hier durch diese Kappe, wenn man die ins Ohr einsetzt, werden quasi auch die ganzen Umgebungsgeräusche wesentlich geringer. Und wenn ihr es natürlich richtig halb professional machen wollt, könnt ihr natürlich so extra Noise-Cancelung, Noise-Canceler-Kopfhörer euch reinziehen. Die sind vielleicht dann auch komplett over-ear, wo ihr dann wirklich einfach komplett im Fokus seid. Auch da muss man es meiner Meinung nach nicht übertreiben. Guckt einfach, was für euch da gut tut. Ich mittlerweile kann einfach sagen, diese Binaural Beats helfen mir mega gut und helfen, glaube ich, auch gerade dann, wenn du das Gefühl hast, du warst davor viel am Handy, hast gerade die ganzen Dopamin-Kicks bekommen und es fällt dir schwer, dich jetzt wieder auf die Aufgabe zu konzentrieren, dann können die auch gut dabei helfen, dich wieder in die Konzentration reinzubringen. Ja, wenn du, meistens ist es ja so, wenn du mal in der Konzentration drin bist, dann läuft das sehr gut, dann brauchst du vielleicht auch gar nicht mehr irgendwelche Binaural Beats. Aber gerade, um auch wieder reinzukommen, kann das super, super wertvoll sein. Deswegen, meiner Meinung nach, grundsätzliche Musik nein. Binaural Beats sehr, sehr gerne ausprobieren, je nachdem mit welchen Kopfhörern, vielleicht auch was sich für euch da, was da für euch am meisten Sinn ergibt. Und ja, und dann schreibt mir gerne auch mal einfach euer Feedback in die Kommentare, wie das Ganze für euch so funktioniert. Würde mich sehr interessieren, wenn wir da eine kleine Diskussion starten würden. Und ansonsten, denk dran, ich glaube an dich, wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo. Dein Leo.